moin leute und herzlich willkommen bei einer weiteren runde ttt wir befinden uns gerade im haus in einer skiregion und so eisig es draußen ist sind auch so eisig sind auch die herzen der traitor mit dabei sind wieder der heil spont die lp der medin die alika der bledig der dte attaboom und jan immer auf mein haus ja wir haben deine wohnung frei ich möchte dazu gesagt haben erst mal abalika gegen leider die atmosphäre die er so schön romantisch aufgebaut hat im keller romantisch wird das etwa auf alika schießen schieben und zum anderen möchte ich noch mal erklärt haben und zum anderen möchte ich noch mal erklärt haben das dingens hier was wollte ich jetzt noch sagen bledig kann sich so ein haus gar nicht leisten er hat drei davon jetzt sag mal wollte ich bei mir einschleimen oder was ist los ja einer ist es nein weil er schon die konferenz hier als traitor also auch alika gerade geschrien hat alles und hier ist er hätte sein können dass du es noch bis ich habe nicht gesehen aah beatle das kannst du nicht beweisen das kannst du nicht beweisen uh ist schon zur endgrunde gleich mitgekriegt war gerade im chat ich glaube es noch nicht rotlicht milieu ich glaube ich bin hier hinten bledig seinem separat gelandet oder artha ich weiß nicht genau also ich war ich bin ja proven ich war die ganze zeit bei dir und mit dir unterwegs ist nicht wahr das stimmt eigentlich schon ich war die ganze zeit mit dir unten und du hast dann die teleport gun benutzt ich war zwischendurch mal im shop habe ich darauf geachtet wer wo was ist das kann man immer sagen nein und wie immer hat mich keiner gehört aber hey und ich hab die granate rausgeworfen und die falsche aber es hat mich wie immer keiner gehört ja mich hört euch auch keiner was bledig hat die gerade nicht gehört bitte sag das nochmal bledig du warst schon tot du hättest nichts mehr sagen dürfen ne das war mein todesröcheln ja ich hab äh beatle gesagt und dann hab ich nichts mehr gesagt ja also das röcheln war aber schon noch sehr stark zu hören aber mich hört sonst auch keiner das ist ein wunder dass man ja das ist ein wunder das spontan habe ich gehört ich hab dich auch gehört ja ich hab ganz ich hab das auch gehört ich hab den bete pass oh das ist ja mein bett aber das ist doch mal ein netter traitor der sogar noch sein auf seine opfer hört richtig ich gehe ich respektiere die todeswünsche aber das war eben witzig ne äh spontan hat gesagt er will traitor sein was war traitor das ist bei spontan immer so da musst du dich dran gewöhnen er verbrennt mich ah dete hilf mir ich komme hier nicht raus ihr trottel kann ich euch hier durchschießen moment mal ich will was probieren stellt sich mal einer dahinter und dann schieß ich mal durch Martin geh weg Drehung umdrehen Monty Monty ich schieß ihn mal an ok Jan auch geh raus hier so und die Dark Widow ist es ja es geht es geht auf jeden Fall du kannst hier durchschießen durch das Loch ja warte ich guck noch mal lass mich doch mal kurz mit meiner Schropländer ausprobieren ok Moment ich steh hier ne glücklich mal ich kann dein kopf nicht sehen siehst du jetzt meinen kopf ja ja klar seh ich wunderschön diese rennst du mir ja immer noch hinterher mein schnurriboot Monty hau ab oh entschuldigung dass ich mich auch mal waschen möchte ja du kannst von mir aus stinken das ist mir egal ich muss mich waschen ne du kannst stinken es roch noch nach rauch Monty du rauchst oh wer kommt irgendwie in Whirlpool Wui Monty ich komme ah Sponti mein Schatz ich komme zu dir aber nur wenn du nicht hier Bombe zündest damit es heiß wird Sponti ist auch so heiß ist mit dir falsch du frisst Kugeln ohne Ende kill ihn sonst fall ich um unten die Treppe runter ein Cheater oh das ist mies grad das ist so mies bist du ich weiß wo du bist es ist äh dass du da hinten bist da als ich dich treffen werde wie seid ihr noch eigentlich ich hab ja keine Zeit bei mir drängt es ja nicht der nächste der hier rumkommt der kriegt ne Kugel Flashbank Nein Flashbank Flash Flash gibt es das überhaupt? Ah ging aber schwer weh weh hast du sie gleich schwer eingeschoben oder warum bist du schläfert nicht wieder zu sehen ich dachte du kriegst mich nicht mehr so ärgerlich ich hätte die Tür von der anderen Seite aufmachen müssen die letzte Runde habe ich da angerufen wo ich tot war habe ich damit angerufen dann kannst du gleich wiederkommen soll ich abholen ich bin dann nur rein hab bezahlt hab mein Essen mitgenommen nein keine Jutsch dann lauf ich lieber nur mit einer Diegel rum ein Diegel ein Igel ist echt süß wow wer schmeckt die Disco schon wieder ich bin die die du brauchst die von mir abhauen was machst du da? ey Sponti ich weiß bei wem ich sicher bin ich glaub bei mir ist keinem nein wir dürfen jetzt nicht alle bei Sponti campen Alika Alika darf das komm Alika wir gehen in die Sauna Alika geh weg warum verfolgt du mich denn jetzt? ah Chrisgold ach warte mal wir sind oh ne wir haben jetzt wieder drei Traitor ah soll ich wieder gehen? nein 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 bleib ruhig aber ah der Chrisgold ist Traitor na klar so dass sie hey wow Tombe weißt du was Beatle? mhm lass versuchen wo das herkommt also ich hab gelernt wenn ich jemanden immer verfolge dann werde ich sterben was ist das denn korrekt? deswegen bin ich auch grad von Sponti weggeladen ja die Brei ich hab ja vorher noch eine Kugel gegeben hier ist noch nix ich weiß es nicht wo ist Sponti überhaupt? lass mich in Ruhe hast du hier irgendwelche Finger? Sponti? nö ich seh zwei Finger in einer Shotgun lass mich in Ruhe pissen ja ha 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 Alika ist aber warum war da vorne Musik? willst du mich etwa hier da haben viele Geweise sechs große Boxen waren Mike nimm mal schnell den DNA Scanner und äh benutzt den auf Spontis Leiche alles los echt ich vermute es ist Alika die war als letztes wissentlich meinerseits mit Sponti unterwegs oh shit sorry 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 hat er auf mich geschossen? ja sorry ja hinter uns nicht gerne umlegen Atta ist es also ich Atta sehe töd ich geh dann ja Atta ist zum Abschluss frei ich habe nur noch zwölf Leben Atta hat ein Cloaking diese Lügerei was ihr wollt mal ablenken von auf andere ich bin nicht mal in eurer Nähe und ihr überhaupt nicht ja 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 ich weiß hört euch die Lügen gar nicht an ja da heiler war auch Traitor oh hier ist ein Licht aus jo Atta ist der letzte nicht das aber der der hat an Cloak der ist wieder im Cloak äh der hat Death äh Death Gedöns hat er auch ja ja Chris bleibt hier bewacht die Leichen ich weiß nur nicht wann er ja ah ok warte ich muss nachladen ja sauber dass du aber auch nicht umfällst aus der Nähe zweimal die Pumpe eben du warst einen ganzen Gang entfernt und ich hast mich noch einmal getroffen ja das ist das ist gerade eben durch wieder nach oben raus sag mal könnt ihr mir auch mal eine Waffe übrig lassen nein so Alika es reicht Sponti ich muss Alika hat sich direkt umgelegt oder Sponti es reicht Alika du hast den Bogen überspannt deine Zeit ist abgelaufen deine Blut du hast keine Rose du hast keine Rose du hast die Läge abgesetzt deine Läge deine Stelle wird weg oh ne nein er hat schon das Licht ausgemacht ja äh Dark Beetle war hier in dem Raum ich weiß nicht wo das geht deine Enden wurde eigentlich nicht genehmigt geahnt ist das der Raum zum Licht ausschalten komm zurück du wolltest Tore freigegeben ich hab Angst Audie hat einen Rückruf gestartet schon wieder wieder das Traitor Audie ist kacke weil du kannst nicht nur Licht an und aus als Traitor machen nein kann man auch so ja das ist gleich auch Traitor nein ja was geh doch hin und mach das Licht aus und wieder an was ne gib nicht ja ja tust doch nur so warum hilfst du eigentlich dem Traitor du bist Dete Dete fass mich nicht an also ja aber das heißt nicht ich bin Dete ich helf den Traitor Dete Personal Space also ich darf das Martin Disco Pogo aber Beedle aber Beedle heila hallo hallo Beedle ich trau dir nicht mir ich trau dir nicht hallo Martin Martin ist hurt Martin ist suspekt wenn ich jetzt sterbe ist es Martin du mal da 88mm hab ich ihm schon gesagt zu den linken ähm Chris siehst du mal mit der M16 schieß doch mal bitte mit der M16 länger also nicht Martin ist Traitor oder ich hab ne riffle äh rifle hol dir das an hier hier ich kann dich grad hinschmeißen wenn du willst ne 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 gut irgendein Problem oder wat mit meiner, mit meiner M16 ja die ist nicht äh geprüft worden die muss zum tüv immer weg warum ist doch nicht hört ich warte mal chris hat mich vorhin glaube ich angeschossen oder nicht krieg wie heißt er hat deine plasma weg es ist kein plasmus zwei hier gelegt 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 ich weiß noch eine granate auf dem täte martin hat chris gerufen ist wie gesagt zwar eine disco ich habe ich meine ich wollte richtig weg weil ich wollte was ich meint gesagt ja heiler ist tot war alter jahren er hat den heiler bete tot das ist der heiler hier koldete es sind so viele leute gestorben warum die hast du alle umgebracht nee ich gehe gerade den gang entlang und da stehen die so ne und liegen hätten sie keine hohe gewahrt ne alika schläfst du noch jan ja oh medin das war echt schlecht ja hallo ja hallo das ist aber nicht das ist gold wo bist du ja durch mich du musst mich durchsuchen und betel ist so übel ja aus der schreckung er hilft hoch dreht sich dabei und ähm wie geht um hey wer madin deine disco war das oder was wer hat die disco gerade in dem gang geschmissen die hat mich davon abgehalten chris gold zu töten nee ich war schon tot madin nein du warst da noch nicht tot achso doch dann war das meine disco das war so ne miese aktion dann wäre ich nämlich nicht tot gewesen und chris gold schon ja passiert ne ich denke so naja er schmeißt eine disco nicht weiter schlimm fliegt durch die gegend bin tot ich find's lustig ja ja das glaube ich ich hab' eh ne pass heute das wird bei mir auch nicht besser ja guck mal da Minecraft hehehehe er kann sich nicht so gut umrechnen dass er 3 bietli das machts nur chips die wieder 감� ich bin er ist auch soweit nicht Ich sehe, dass du Traitor bist. Du kannst dich nicht aufheben. Das ist außerdem nicht 88 Millimeter, das ist 88... Ja, warum sollte ich? Warum sollte er? Warum sollte ich? Er ist Suspekt. Du bist auch Suspekt. Ah, Linke Alp! Martin hat nicht auf mich geschossen. Moment. Sponti, wo bist du? Das sag ich dir jetzt lieber nicht, ich hab irgendwie Angst. Die Alika, die ist wieder so, dass ich mir sage... Sponti! Alika? Was? Martin? Hilfe? Danke. Ja. Alter, Martin, du hast auch noch immer ein Problem. Überall, wo ich angehe und ich sehe, sehe ich irgendwie Garsolken auf den Boden kommen. Ja, ich weiß. Was? Die Blähung? Ja, die Monsterblähung des Todes. Was? Hä? Spender geschrien? Ponti! Das wurde jetzt schon zum zweiten Mal geschrien. Also, langsam reicht. Warum wollt ihr... Hihi! Wenn mir ja nur mal einer zuhören würde, könnte man so viele Tode vermeiden. Ich hab den nicht gesehen. Dass dir keiner zuhört. Das ist grausam! Ich habe dich erschossen, dann den Dete, dann Maddi und dann noch einen, glaube ich. Alter, du killst nach mir, wo ich sage, wer mich umgebracht hat. Killst du noch drei Leute und keiner sagt was. Du, ich hätte auch noch gesagt, dass der Dete neben dir steht und hätte noch drei gleichzeitig abknallen können. Das wäre dir bestimmt gelungen, weil es keiner mitkriegt hier. Ach, ich hätte zugehört, Platic. Ich hätte zugehört. So, ich hätte zugehört. Das weißt du doch, Schätzelein. Ja, das sagst du jetzt nur so. Sei nicht traurig. Nein. Du weißt ganz genau, ich will dir nicht nach dem Mund. Ja, genau. Du willst mir nur Honig in den Mund schmieren. Oh, lass doch mal die Discos. Moment, ich habe eine. Alika ist hier, äh, Dings. Aua, ich bin runtergefallen. Hab noch 64 Leben. Was? Ich kann auch die Leiter nehmen, wenn man schneller so runterkommt. Also das ist mir eben auch passiert. Wer will mit dem Dampfsauna? Alika ist, äh, Traitor. Weil? Der Dete hängt. Weil ich jetzt auch mal gern dich wieder abschießen würde, so als Ausgleich. Abschießen, hä? Alika. Sponti, wieso bist du hört? Wieso bist du hört? Weil ich... Guck mal, wo der Dete... Ich glaube, ich glaube eher Sponti war das. Weil ich gerade eben gesagt habe, weil ich runtergefallen bin. Ja, ich Sponti. Ich glaube, du bist es. Sponti will eine Ladung rein, dich rein, ja. Alika lenkt wieder von sich ab, aber das macht sie ja immer. Lügen kann sie ja wie eine Große. Ja. Wenn ich lügen kann, bin ich die Große. Bladding, Bladding, unten N7. In diesem Spiel ist das ein Kompliment. Hi, Dete. Ich seh's. Hey, wer macht mir hier die Tür zu? Verstand, lass mich raus. Also, Chris Gold, lässt du das jetzt mal bitte? Lass ihr mich mal hier raus? Ja, du. Chris Gold, wer ist raus? Ich knall euch ab. Ja. Lässt du dich in Ruhe baden? Biedl? Nö. Ich möchte gerne mit. Ach so. Ja, da starfst du. Aber ich hab Angst. Wieso? Denke ich. Da brennt's. Mal wieder vor dir. D4. Hm. Wo? Wo? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ging's grad eben scheinbar hoch. Okay, Jan, das Proven. Wer da hat ein Kim? Mach mal einer. Hallo. Oh, 14 HP noch, ey. Madeline ist wieder voll am Start. Au. Und da liegt ne Leiche. Der Heiler. Ich bin voll am Start, Leute. Wow. Du, ich vertrau dir nicht, Spiel. Wow. Ich vertrau dir auch nicht. Na, mit Sicherheit nicht. Ich brauch hier, ich brauch hier keinen Flashlight, ne? Geh, lauf lieber. Lauf. Lauf. Du hast hier jemanden umgeklatscht, ne? Nein. Das hätt ich mitbekommen. Lauf, lauf. Komm, geh. Geht beide. Ich vertrau euch nicht. Unsch. 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 Wo ist eigentlich der andere hin? Und? Ich bin hier. Irgendwie... Ich vertraue ich beiden nicht. Es gibt nur noch einen Tee. Ich vertraue ihr trotzdem beiden nicht. Was dagegen? Ich hab Christoph gekillt. Komm. In dieseniadaern habe ich gerade ein Ding bekommen. der nehme ich dann belebt doch bitte chris gold wieder weil dann kann er vielleicht noch punkte aus den teelichen ziehen ja ich bin jetzt mal gar kein wieder so lange nicht weg seid haupt erst mal hier haupt erst mal ab hier hallo wieso jan ist prüven ja okay ja dann würde ich noch nicht wieder nicht ab wenn notfalls wieso was mache ich denn ja du zielst auf mich ich kann erst mal nichts mehr machen wenn ich jetzt mal weg stecken weil das ist ja wie sagt martin ist eine schotte pass auf and i know how to use it beatle warst du plötzlich das volle leben her das geht nicht ich war vorher auch schon nein 95 hp doch warst du nicht gibt es folgt mich nicht ge weg verfolgt mich du weißt wie es bei chris gold geendet hat egal wie viel der mensch du frisst ich weiß nicht wie es bei chris gold geendet hat atlantis runde damals vor 90 jahren ja da ist es nein doch mal bledig wieder lebt ja man kann nichts machen bisschen mal auseinandertrennen ich hätte echt gedacht die beiden wären das ich habe keine chance du hattest gerade die chance nicht zu killen hatte jan warme ecke ja aber mit der mit der diegel headshot wäre sicher gewesen weil jan kein leben mehr hatte eine option gewesen abknalle und jan und er immer ecke steht dann ist ja klar dass jan weiß dass ich twitter bin er war gar nicht mehr um die ecke der war irgendwo weiterhin raum hinten ja dann weiter gegangen ja aber wir haben dann geschnackt und auf einmal gibst du ruhe das wäre zu auffällig gewesen ja schon immer diese leute lasst die discos sein endlich mal in hoher es ist mal herrlich ja genau ich glaub für heute glaubt mir keiner mehr ne ne hat er dir auch nicht ich kenne dich Annika wir haben dir heute mal geglaubt geh mal der detektiv-anweisung was soll ich für dich tun er folgt mir da Eila lass mich in ruhe furcht doch ich wäre jetzt immer gerne in der willkür ja du folgst mir Leute treten euch mal ein bisschen die sind zu fünft auf einen Haufen Alika mal kleiner kleines Tschiat Tschiat so was gibt es denn heute im Inno laden äh alles mhm Brötchen ne der Heiler du bist es also ich hab's gewusst hast mich hier gerade angeschossen blödik ähh lass mich in ruhe noch 5 hp ich lauf dir jetzt hinterher blödik Weniger. Alter, Highlight zu auf. Aua! Wir haben es schwimmen hier, ja. Feuer. Feuer, Feuer. Bang, bang. Hab ich gar nicht. Warte. Alter, ich hab Leben verloren wegen dir. Sie läuft mir wirklich hinterher. Also wie gesagt, ich hab Leben verloren wegen Heiler. Du musst dich aber auch irgendwann wieder hier rauslassen. Doch. Muss nicht. Ja doch, wär schön. Hä? Alter. Martin, warum bist du höher? Boah. Ja, weil der Heiler. Du schießt einfach drauf los. Hab ich gar nicht. Der Heiler kann gar keinen Schaden verursachen. Er heißt der Heiler. Genau. Mich hat zu Tode geheilt. Seine Kugeln liefen dich ab. Ja, bitte. Gehst du mal weg. Sponti. Geh weg, geh weg. Oh, in der nächsten Runde wird der Heiler später halt. Der Schwimmback. Martin, zieht auf mich. Martin, zieht auf mich. Bondi tut mich nötigen. Es gibt keine nächste Runde. Es gibt keine nächste Runde. Geh raus. Mein Schlaf. Bleib drin. Bleib drin. Bondi tut mich nötigen. Atta. Es ist immer so geil. Es ist immer so geil, wenn Chris... Ne, was ist das? Der Heiler hat mir vorbeigeht. Dieses Schwimmgeräusch. Der schwimmt auch bei mir. Auf Wiedersehen. Blup, 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 blup. Atta. Atta. Bündeschmauk. Ich weiß das nicht. Hat der jetzt gesagt, er hat das oder Atta? Er hat... Nein, er hat das, hat er gesagt. Wait, da war grad Atta. Wo ist Atta? Da hinten, der ist hochgegangen. Atta, ich hole noch mehr. Oh, Devering oder wie? Ja, ne. Wo ist er hin? Der Heiler. Sag mir. Nicht in den Kisten verstecken, meine Fresse. Bluatik? Ist das hier Atta oder Korbs? Atta, schmunzl, munzl? Schmunzl, munzl? Seht, hör mal her, hier ist Atta seinen Korb noch. So, ich beschütte jetzt Panic. Und er war Traitor. Ich hab ihn ja erschossen. Bluatik! Warum ist der Heiler fast tot? Weil ich Atta erschossen hab. Ja, sag's was. Er kann leider nur andere heilen. Er hat mir Damage gemacht. Hab ich gar nicht. Du kannst ja gerne aus dem Traitor-Shop für ihn ein Medikit besorgen. Was? Weh. Was? Oh, warum? Warum schießt er willkürlich auf Leute? Und ist dann kein Traitor? Also Leute, das war mal wieder eine Runde TTT in Bluatik, seinem Ski-Resort-Haus. Wenn es euch gefallen hat, lasst bei denjenigen, wo ihr seht, auf jeden Fall einen Daumen da. Derjenige würde sich auch über ein Abo natürlich freuen. Kommentare ebenso und wenn ihr wissen wollt, wie sich bei den anderen war, in der Beschreibung findet ihr die Links von dem jeweiligen. Ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Abendtag, guten Morgen oder wo auch immer ihr gerade in welcher Zeitraum sitzt. Haut rein. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.